hallo und herzlich willkommen hier zurück zu anno 1800 können uns eigentlich um den ausbau der stadt kümmern beziehungsweise vielleicht bauen wir den kontor auch einmal das geht nicht wie in der ausbau auch fenster braucht man erst alles klar alles klar kwaad kobe das ist wo kann man die bauen gibt sie überhaupt zu wissen wie kwaad Kupfer Heisen Zement Steinkohle Ähm, ja Das sieht hier nicht so aus Auf dieser Insel Null Na super Ach ne, gebaut Das heißt glaube ich, wie oft man hier was gebaut H Bin Ähm Ähm So kann ich den Komischen Wir schlingern ins Ungewisse Naja, gucken wir erstmal das Ruf des Teufels Menschliche Stimmen erklingen durch den ungewohnten Regenwald Mit jedem Schritt Durch die feuchte Luft und die dichten Bäume ringen sich die Seeleute unbewusst dichter um ihren Priester Über Gerüchte über die Präsenz des Bösen konnten sie im Schutz ihres Schiffes noch lachen Doch die Erkundung des Waldes selbst ist etwas anderes In der Entfernung hört man das Brabbeln eines Kindes Der Priester ermahnt die Mannschaft es zu ignorieren Äh, ich würde ja das machen, aber unsere Expedition ist unzureichend vorbereitet Machen wir das Machen wir das Machen wir das, was der Priester sagt Die Stimme ist durchdringend, um sie zu ignorieren Ist zu durchdringend, um sie zu ignorieren Die Jugendlichen Schreie suchen die Seeleuge daheim Und sie laufen tief an den Regenwald Teils um die Ursache zu finden Und teils in der Hoffnung nie auf sie zu treffen Sie entzünden Fackeln, um das Böse zu enthüllen Aber die feuchte Umgebung löscht sie einfach aus So wie der Tag vergeht und die Nacht hereinbricht So nähert sich die Stimme den Männern Klar, das darf der Priester machen Den Priester nach vorn schicken Die Versuche des Priesters können der Bedrohung keinen Einhalt gebieten Während er jeden Seemann eilig mit Weibwasser salbt Lacht eine Stimme Der seinen gleich Aus den Tiefen des Waldes Nachdem sie eine schlaf- und lichtlose Nacht im Wald verbracht haben Erkennen die Seeleute, dass einige von ihnen fehlen Sie werden nie erfahren, ob sie desertiert oder entführt wurden Das ist super Hab schon Schlimmeres gesehen Das Schiff ist leidlich bestückt Na, kommt er zurück Genug Spaß Genug Spaß gehabt Pup, Pup, Pup Pup, Pup, Pup So, jetzt priecht er mal raus Pup, 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 Pup Ah, alles klar Quorzen wird gefischt Ehhh, okay Das wusste ich nicht Aber, gut Hat man in dem letzten Endes mit Ach nee, das war ich nicht aus Quarz, Quarz, Quarz Das hatte man aber einen Berg abgebaut. Okay. Mach mal noch eine Klasse hin. Die braucht nur das. Ja, well. Was braucht hier? Wir kümmern uns hier um alles. Ihr braucht dann vermutlich Schandwerker und hier braucht man Arbeiter. Okay. Dann können wir ja hier gleich noch die Fenster verbrücken wollen. Fenster verbrücken. Das braucht jetzt... Ah, Handwerker. Okay. Da haben wir zu wenig. Könnten Sie mir helfen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen? Mein Mann ist ein ganz teuer Feuerwehrmann. Aber er hat die Angewohnheit nach seiner Schicht einen über den Durst zu trinken. Letztes Mal haben sie ihn vollkommen abgefüllt zwischen den Mülltonnen des Wirtshauses gefunden. Ich mache mir Sorgen. Ich mache mir Sorgen. Ich mache mir Sorgen. Beuron bietet Ihnen eine Wibbelbildaufgabe an. Können Sie mir helfen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen? Na klar. Was dich angeht, muss ich leider meinem Instinkt vertrauen. Ja, lass mich in Ruhe. Ich meine, Sie sind beschäftigt. Die Baren ist froh, dass sie... dass sie angenommen haben. Spielstand gespeichert. So. Jetzt suchen wir den Saufbult erstmal beim Wirtshaus. Ähm... Bereit machen zum Anlegen. Ihre Expedition kehrt unversehrt zurück, ohne das gefunden zu haben, wofür sie ausgesandt wurde. Okay. Wir suchen noch den alten Säufersmanne. Wo ist er? Vielleicht ist es am anderen Wirtshaus. Nein, das ist eine Frau. Diesen Sonntag stelle ich Frage aller Fragen. Wir leben hier an einem guten Ort. Ich verurteile Sie zu dieser überaus angemessenen Aufgabe. Wie? Sie wollen sich da rauswinden? Ja, na klar. Ich tue hier nichts zu niemanden zerstören. Ich muss hier einen bis Drunkenen finden. Ich tue hier nichts zu niemanden. Ich tue hier nichts zu niemanden. Ich finde ihn nicht. Ich suche und suche. So, naja, falls niemand gesehen hat, kann er mir ja mal schreiben. Aber ich sehe ihn nicht. Hm, Rollstuhlfahrerin. Krass, was es hier nicht alles jetzt gibt. Man könnte einfach hier stundenlang rumfahren und Leute angucken. Oh, Luftballonverkäufer. Das ist er wohl auch nicht. Spielstand gespeichert. Naja, gut. Können wir uns die ganze Folge mit dem Besoffenen abgeben. Dann brauchen wir allgemein mal wieder ein paar Leute. Ich würde sagen, wir produzieren irgendwie auch ein bisschen viel. Mittlerweile haben wir zu viele Bauern. Schau in der Arbeit. Rinderform, Paprikaform, Großküche, Eisenmine, Konservenfabrik. Okay. 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 Jetzt mal geht es gut. Ich habe noch mal ein paar Leute in und wir haben da noch einen Aufmerksamkeit gemacht. Ich habe auch noch viele Aufmerksamkeit. Ist wirklich sehr gut. Hier gibt es die Leute, die unsere Aufmerksamkeit zu machen. Die sind wirklich sehr gut. Aber es gibt auch einen Aufmerksamkeit. Aber es gibt keine Aufmerksamkeit. Das gibt es schon so für die Aufmerksamkeit. Es gibt keine Aufmerksamkeit. kann es eins abgeben weil wir hier kein das macht ja das ist cool ich glaube ich brauche hier mal noch aus kein Platz mehr frei wir produzieren zu viel Fisch naja dann können wir ja ein paar Quatsch Bauernhäuser bauen Hand das ist ein bisschen runter Straße drüben und hier noch 1 2 3 sehr schön können wir hier vielleicht eine Straße durchbauen und dann bauen wir unten unsere Häuser weiter ach das lässt nicht so ach das lässt nicht so da fehlt uns natürlich jetzt eine Straße zwischendurch da muss die Feuerwehr dann ganz schön außen rum ob das so gut ist und da bauen wir mal so dann kommen die schneller los dann kommen die schneller los so haben wir wieder ein paar Bauern dann der Wurst steigt das Brot steigt das Bier steigt das Seife bleibt gleich könnten wir uns theoretisch jetzt mal den Fleischkünsterfen widmen den Fleischkünsterfen widmen Quatsch das stimmt doch gar nicht ich habe auch immer schön Pause gemacht so dann müssen wir mal Pfandwerber dann dann bauen wir jetzt erstes mal oh scheiße ist die große so Konservenfabrik wahrscheinlich wie viel arbeiten denn hier Pfff 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 das waren das drei dafür ist der boden nicht geeignet nein ach scheiße wir haben jetzt ach ja na klar wie sollte ich auch dem anschein nach ist das hier die blasseste form von mittelmäßigkeit schließlich bekannten nach dem waffenruhe wurde beendet z die m gott hatte wenigstens leben um die menschen zu formen was habe ich die die Schönen von uns Stahl. Oh, ganz schön Stahl. Können wir hier noch einen Weg? Nochmal drüber schauen? Na klar, guck mal die Zeitung an. Das schmeckt gar nicht so schlecht. Anno Chroniken. Glück und Licht. Notköpping ist voller Freude. Auf einer Schala von 1 bis 10 würde ich meine gegenwärtige Laune bei 8,5 ansiedeln. Äußert sich ein Bewohner bei der jüngsten Volkszählung. Aber wunschlos glücklich bin ich nicht. Plus 5% Widerstand. Zeitungsartikel. Triumphaler Rückkehr. Eine Expedition erreicht das Undenkbare und überwindet auf dem Weg zum Ziel zahllose Hindernisse. Wir haben Monstern getrotzt, realen wie eingebildeten, setzte der stolze Kapitän an. Bevor wir ihn unterbrochen, eine große Menschenmenge nahm die Helden in Empfang. Plus 5% Zufriedenheit. Aufschwung bei der Schifffahrt. Die Gornard. Hier. Ist der jüngste Hoffnungsträger, welche den geehrten Passagierern, die nicht auf dem Zwischendeck fahren, auf seinen Kreuzfahrtschiffen den Blick auf fremde und ferne Länder bietet, ohne dass sie dabei auf Komfort und Luxus verzichten müssen. Jo. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Besucher Kai. Was bringt das dann? Ach du Scheiße. Wirklichst es besuchen, ihre Insel zu besichtigen. Die Flammen wurden gelöscht. Mhm. Oh, es hat gebrannt. Reparaturkran. Das ist immer nicht verkehrt. Allerdings. Ein Liegestelle. Ein Liegestelle. Das haben wir ja glaube ich. Segel. Das haben wir ja glaube ich. Hafenmeisterei. Das ist quasi auch noch mal ein bisschen kleiner, aber auch zur Abwehr. Hafenmeisterei. Ein Depot bauen wir auch. Hermit. Immer gut. Admiral auf der Brücke. Konkurrenten haben ein Handelsabkommen geschlossen. So, was können wir jetzt hier bauen? Nicht. Denn wir bauen ja keine Segel. Super. So. Wunderschön. Es gibt ne Menge zu tun. Spielstand gespeichert. Diese Dienstleistung. Die Kirche reicht ja bloß bis hier. Aber wollen die hier gar keine Kirche haben? Naja, ok. Okay. Unbesiedliche Insel. Die hat Trauben und Paprika. Und die auch. Hm. Bereit für neue Befehle. Die Kirche. Da kann ich das über Bord hauen. Irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Zeit für ein Nickerchen im Stroh. Ja. Wird schon wahr sagen. Zeit für ein Nickerchen im Stroh. Na gut. Soll's das erstmal gewesen sein. Dann. Ich versuch mal bis zur nächsten Folge. Das wird ja bisschen langweilig, dass ich hier mein Schiff beladen kann. Dass ich dann, dass man uns dann um die Paprika Farm kümmern kann. Dann gehen wir dann wahrscheinlich hier unten auf der nächsten Insel. Wo wir schnell ran fahren können. Na hier sieht doch gut aus. Obwohl. Hier sieht nicht gut aus. Da hat gar kein Platz. Vermutlich dann hier drüben. Bis dahin. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.